Größtes Branchentreffen. Auf der Frankfurt Euro Finance Week im Kongresszentrum Frankfurt diskutieren Bankenchefs, Topmanager und Vertreter von Finanzaufsichtsbehörden seit heute eine Woche lang über Integration und Regulierung der europäischen Finanz- und Versicherungsmärkte. Die Euro Finance Week ist ein Treffpunkt der europäischen Finanzindustrie, immer im November und wir haben etwa 500 Experten hier als Sprecher und etwa 8000 Gäste und wir haben die Themen, die jetzt die Finanzindustrie bewegt auf dem Programm. Zum Auftakt sprachen EZB-Direktoriumsmitglied Yves Mersch sowie Deutsche Bank-Co-Chef Jürgen Fitschen über den Finanzstandort Frankfurt. Ein Schwerpunkt der Frankfurt Euro Finance Week liegt in diesem Jahr auf der Versicherungsbranche. Wir sind Finanzplatz hier in Frankfurt am Main, nicht nur der Banken, sondern auch der Versicherungen. Wir haben übrigens mittlerweile auch die europäische Versicherungsaufsicht hier in Frankfurt am Main. Und insofern ist vieles von dem, was in den letzten Jahren, aber auch heute und weiterhin diskutiert wird, wenn es um die Frage der Regulierung dieser Märkte geht, wenn es aber auch darum geht, dass diese Märkte funktionieren müssen, politisches Thema hier in Frankfurt, damit in Hessen. So wird beispielsweise darüber diskutiert, ob Lebensversicherungen in Deutschland ein Auslaufmodell sind oder nicht. Auf der Tagesordnung stehen aber auch Themen wie Bankenregulierung, Risikomanagement, Wertpapieraufsicht oder die Immobilienwirtschaft. Aber die Beteiligungspflicht.